Hallo da draußen, mein Name ist Gitta Nicole Baumert. Ich bin Reha-Sporttrainerin und Kursleiterin für Qigong Entspannungstechnik nach Jacobsen und Pilates. Seit über zwei Jahren findet ihr mich im Volkshochschulprogramm. Der Fokus sitzt verstärkt auf der Wirbelsäule, auf der Körpermitte, den Faszien, Dehnung, Stretching und Entspannungstechniken. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in Natura in den Kursen. Tschüss!